Das Tool, was ich dir in diesem Video vorstelle, musst du unbedingt in dein KI-Portfolio mit übernehmen, denn es ist die beste und perfekte Ergänzung für alle KI-Bots, die du bisher im Einsatz hast. Es geht um das Tool Harper AI. Das habe ich dir in einem anderen Video schon mal kurz vorgestellt, in dem ich dir gezeigt habe, wie du mit Harper YouTube-Videos zusammenfassen kannst. Das verlinke ich dir auch noch einmal unten in die Beschreibung. Harper kann aber so viel mehr und das zeige ich dir hier in diesem Video. Zumindest mal die fünf wichtigsten Funktionen von Harper, die du definitiv nutzen solltest. Lass uns mal einsteigen. Wir schauen uns an. Harper auf der Webseite sagt selbst, es ist eine Browser-Extension für Chrome, kostenfrei sogar. Du kannst Webseiten chatten, mit PDFs chatten, Videos, du kannst E-Mails schreiben, SEO-Analysen machen, Arbeitsabläufe überwachen und sogar Preise und Daten überwachen von jeder Webseite, von jeder Source. Das ist natürlich ein umfangreiches Tool. Selbst hier können wir einfach dann mal schauen auf der Webseite. Die YouTube-Zusammenfassung habe ich dir ja schon gezeigt. Die verlinke ich hierhin. Dann aber auch, du kannst lange Artikel schreiben. Du kannst mit PDFs und Websites chatten. Das heißt, du kannst auf eine Webseite gehen, kannst dort Analysen fahren. Und das bedeutet natürlich auch, du kannst mal einen Blick auf deine Wettbewerber schmeißen. Was machen die so? Wann gibt es dort neue Inhalte? Welche SEO-Keywords benutzen die? Und, 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 und. Und das möchte ich dir einfach mal in diesem Video zeigen. Die fünf wichtigsten Funktionen. Ich gehe einfach mal hier rüber. Ich habe in meinem Browser meine eigene Webseite aufgemacht, michaelheitkötter.de. Wenn du Harper installiert hast, dann kannst du Harper mit Ctrl A oder auch Alt A auf dem PC, kannst du Harper dementsprechend aktivieren. Und hier siehst du jetzt schon, dass dann auf der rechten Seite geht das Fenster auf von Harper. Und du bekommst jetzt schon hier ein paar Vorschläge von den Befehlen, die du jetzt auf der Seite ausführen kannst. Du kannst chatten mit der Webseite. Du kannst eine kurze Summary machen. Du kannst eine lange Summary machen. Also eine Zusammenfassung der Webseite. Du kannst Daten extrahieren. Und wenn du dann alle Kommandos sehen willst, dann klickst du einfach unten auf alle Kommandos. Was wir jetzt machen ist, wir machen einfach mal eine kurze Summary. Was aber wichtig ist, hier unten siehst du, dass voreingestellt ist ChatGPT 3.5. Ich würde dir empfehlen, auf GPT 4 zu gehen. Das ist dort mit enthalten. Für diese Funktion. Und du kannst dann halt dementsprechend für eine gewisse Tokengröße auch ChatGPT 4 benutzen. Das wähle ich jetzt einfach mal aus. und sage, ich möchte jetzt zu meiner eigenen Seite eine Short Summary haben. Und zwar bekomme ich jetzt das auch mit Emojis angereichert. Und jetzt gucken wir mal, was Harper von meiner Webseite liest. Und dann kann ich mir das einfach mal anschauen. Michael Heidkötter bietet Strategien, Ideen, Kundengewinnung und Effizienzsteigerung durch KI-Nutzung. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Entwicklung einer maßgeschneiderten KI-Strategie wird als Schlüssel zum Erfolg hervorgehoben. Und, 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 und. Das heißt, hier habe ich jetzt meine Kurzzusammenfassung von meiner Webseite. Ich finde, das trifft es schon ganz gut. Was ich jetzt natürlich weitermachen kann, ist, wenn ich jetzt hier eingebe, kann ich zum Beispiel fragen, hat Michael Heidkötter eine Newsletter. Ja, das heißt, jetzt wird wieder einmal die Webseite befragt. Und hier kann ich dann auch dementsprechend sagen, okay, habe ich jetzt ein Newsletter. Und hier sagt es mir, ja, Michael Heidkötter hat eine Newsletter. Und hat auch dementsprechend viele Kundenbewertungen und, 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 und. Das heißt, hier kann ich gezielt Fragen stellen zu gewissen Themen. Oder auch, als Beispiel, hat Michael ein Buch geschrieben. Ja, das heißt, der Chat ist jetzt mit dieser Webseite. Und meiner Meinung nach ist das jetzt ein, ein, ein Riesenvorteil, weil ChatGPT ja nicht unbedingt den sofortigen und den direkten Internetzugang hat. Und hier hast du zum Beispiel einiges, was du dann auch mal erfragen kannst. Michael ist Autor des Buches Mythos Führung, entschlüsselt, welches Führungskräfte eine Blaupause für effiziente Unternehmensführung bietet. Okay, ich kriege meine Antworten. Ja, spiel damit mal bitte rum. Was du jetzt machen kannst, ist, wenn du hier dementsprechend auch dann ein, ein, ein Slash eingibst, also einen neuen Prompt, bekommst du hier auch weitere Befehle. Und wenn ich jetzt hier mal weiter runtergehe, siehst du die ganzen Befehle, die dir zur Verfügung stehen. Und was ich jetzt mal mache, ist, ich nehme mal Extract and Research SEO Keywords. Du kannst, das ist das nächste geile Feature, deine SEO Keywords mit dieser Seite abgleichen. Ja, das heißt, er fragt natürlich, soll ich die SEO Keyword Analyse von einem Text nehmen oder von dieser Webseite? Und ich sage, nimm's von dieser Webseite. Und jetzt schauen wir mal, was die KI daraus macht mit HAPA und gucken, welche Ergebnisse dabei rauskommen. Und hier siehst du das Ergebnis. Das heißt, das sind meine Keywords auf der Webseite. Du siehst auch die Keyword Dichte auf der Webseite und du kannst hier auch dementsprechend dann noch andere weitere Keywords nehmen, die ich jetzt natürlich rauskopieren kann. Die kann ich in meinen anderen Prompts verwenden, die kann ich in ChatGPT verwenden. KI ist mit 2,74 Prozent, Strategie und, und, und. Und hier siehst du die Keywords von meiner Webseite. Das kannst du natürlich auch wieder für alle anderen Webseiten machen, die du dementsprechend so hast, die du im Kopf hast oder wo du einfach sagst, naja, mal gucken, ich möchte mal bei den anderen schauen, wie hoch ist und welche Keywords sind, Keywords sind da und welche Keyword Dichte ist dort zu finden. Das ist also auch ein weiteres richtig cooles Feature. Jetzt kommen wir zum nächsten, dass du sogar Social Media Inhalte aus HAPA erstellen kannst von gezielten Webseiten. Dafür gehe ich jetzt mal hier auf meinen Blogartikel und zwar habe ich jetzt den Blogartikel Erfolg entsteht durch Misserfolge ausgewählt. Hier können wir sehen, das ist jetzt nicht ein riesig langer Blogartikel, sondern sehr gezielt und der verlinkt natürlich auch noch auf den Podcast. Auch hier mit Control A kann ich dann dementsprechend direkt in HAPA mit reingehen und auch hier kann ich mir jetzt einfach mal eine Summary dieses Blogartikels eingeben lassen. Das heißt also, ich lasse mir mal den Blogartikel zusammenfassen in einem Report, worüber geht es denn da. Und auch hier siehst du, dass die Key Takeaways, eine Zusammenfassung mit den Stichpunkten und auch unten so ein Fazit mir von HAPA dann auch erstellt wird. Was aber jetzt natürlich noch richtig toll ist, ist zum Beispiel, dass ich vielleicht ein paar Ideen haben möchte für Social Media. Das heißt, wenn ich hier unten mal Insta eingebe, dann kann ich hier schauen, hier kommt ein Instagram Wizard hoch. Der generiert mir Instagram Content Ideas, Karussellposts, Reels und auch Beiträge. Das heißt, wenn ich hier einmal drauf gehe, dann kann ich mir einmal sagen, zu diesem Artikel auf der Webseite, welche Beitragsideen bekommst du, welche Reelscript oder auch welche Karussellideen. Das heißt, ich kann aus dem Blogartikel, von mir, von anderen, ich kann mich inspirieren lassen, ich kann mich von Newsartikeln, ich kann mich von Neuigkeiten, die gerade passieren, kann ich mich dementsprechend inspirieren lassen und dazu direkt einen Post verfassen lassen. Das heißt, zu diesem Beitrag möchte ich jetzt mal meine Karussellideen haben und jetzt kommt dementsprechend, es kommt immer die Frage, möchte ich einen Text haben oder von der Seite? Mit Enter bestätigst du, ja, ich möchte es von dieser Seite haben. Und das, was wir jetzt hier haben, ich mache das nochmal groß für dich, ist, dass ich jetzt hier zum Beispiel ein paar Ideen bekomme, Instagram Karussellthema Erfolg durch Misserfolge. Jetzt bekomme ich die erste Sache, die Karussellposts sind, wo ich so nach rechts swipen kann, also wischen und dann bekomme ich quasi, sagen wir mal, dementsprechend so einen Karussell-Effekt. Hier ist Text für Seite 1, Text für Seite 2, Text für Seite 3 und, 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 und. Das heißt, aus diesem Blogartikel wurde mir ein Karussellpost erstellt. Wie cool ist das denn? Und auch hier kann ich dann weiterhin mir das extrahieren lassen. Ich kann jetzt hier noch auch ein paar Postideen generieren. Das heißt, basierend, das ist auch die nächste Funktion, basierend auf diesem Artikel, und deswegen möchte ich gerne mal, dass du hier unten ein bisschen rumspielst, warte, ich mache dir das nochmal groß. Du kannst es nochmal verfeinern lassen. Du kannst nochmal Postideen bekommen. Das heißt, was möchte ich denn, was kann ich denn noch alles zu diesem Artikel, zu diesem Blogbeitrag posten? Und die Postideen und die Ideen für Instagram und Social Media sind jetzt hier. Das heißt, du siehst, welcher Wochentag, die Art des Beitrages, die Beitragszusammenfassung. Das heißt, Montag würde er einen Beitrag machen, Dienstag eine Story zum Thema Adjourns Anfänge. Mittwoch ein Karussell-Post, Donnerstag ein Beitrag mit Bedeutung von Misserfolgen und, und, und. Und selbst diesen kompletten Contentplan könntest du jetzt Schritt für Schritt von diesem einen Blogartikel auf meiner Webseite extrahieren und dir erstellen lassen. Meiner Meinung nach ein riesen Vorteil, um in der Content Creation, um in diesem Social Media Bereich sehr schnell unterwegs zu sein, um Inspirationen zu bekommen und auch dann fertige Beiträge, Karussell-Posts oder auch sogar, wie du hier siehst, einen kompletten Contentplan zu erstellen. Ja, oder auch Post Caption. Das heißt, schreib mir dazu einen Text. What your Instagram Post is about. Und dann auch dementsprechend die Informationen, ja, also du siehst, es sind unendliche Möglichkeiten, die du hier mit Harper machen kannst. Und meiner Meinung nach ist es, dass du dir jetzt sofort diese Harper Extension installieren solltest, eine Google Chrome kostenfreie Extension. Du kannst deine Webseiten da analysieren, du kannst dementsprechend sofort deine, deine Blogartikel schreiben, du kannst Blogartikel analysieren lassen, du kannst aus News, aus Neuigkeiten, die jetzt ein Newsartikel sind, kannst du sofort Social Media Beiträge schreiben, um deine Zielgruppe, um deine Kunden sofort mit den neuesten Informationen zu bedienen. Und das finde ich einfach exzellent. Gib mir einfach Bescheid, teile gerne dieses Video, wenn nur eine einzige gute Idee dabei war mit anderen, du kannst gerne ein Like hinterlassen, ein Kommentar, ob du das Video hilfreich fandest, ob du Harper schon nutzt, spiel mal damit rum. Und meiner Meinung nach ist es eins der besten KI-Ergänzungen, die du zu deinen Bots einfach haben solltest. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, das Ganze auszuprobieren und denk da dran, KI-fiziere dein Business. Alles Gute, dein Michael.